Über den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und die Situation der Frauenhäuser hier bei uns in Duisburg wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen. Und zwar mit Karin Bartel. Sie ist die Leiterin des Frauenhauses Duisburg und jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Bartel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen steht kurz bevor. Morgen ist es soweit. Wie wichtig ist dieser Tag? Also es ist sehr wichtig, auf die Situation der Frauen hinzuweisen. Zumal wir ja bei uns Frauen haben, die Schutz suchen. Und wir eigentlich versuchen, das jeden Tag ins Gedächtnis zu rufen, weil es einfach für die Frauen wichtig ist, sich schützen zu können. Für die Kinder ist es wichtig, dass sie Schutz bekommen. Und ja, wir unterstützen auch Aktionen. Und wir machen jetzt mit unseren Frauen etwas Schönes morgen. Und wir machen Adventsgrenze und erinnern so an diesen Tag. Würden Sie denn sagen, dass generell so in der Gesellschaft das Thema Gewalt an Frauen gegen Frauen präsent ist? Ist das ein Thema in der Gesellschaft? Ja, das Thema ist dann präsent, wenn es wieder einen Vorfall gab, wenn es wieder etwas vermeintlich Spannendes zu berichten gab und im schlimmsten Fall sogar über ein Femizid berichtet wurde, dann ist das präsent. Und es müsste aber im Grunde schon viel früher darauf aufmerksam gemacht werden, wenn Beziehungen anfangen, in eine Schieflage zu geraten, schon bevor es zu körperlicher Gewalt kommt im Grunde, um ja, was Schlimmeres noch zu verhindern. Also das muss eigentlich tagtäglich präsent sein. Vielleicht noch einmal kurz eine Begriffserläuterung. Femizid, was meint das genau? Ja, Femizid meint die Tötung von Frauen aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind. Ja, das kann sein, der Ex-Partner, der nicht akzeptiert, dass die Frau sich trennt und seinen Besitzanspruch anders nicht durchsetzen will, der tötet dann seine Frau nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keine haben. Das ist ein Beispiel dafür. Wenn wir jetzt einmal auf Duisburg schauen, ja, auf die Situation hier bei uns in der Stadt. Es wurde jetzt mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr die Zahl der gemeldeten häuslichen Gewaltfälle im Vergleich zum Jahr 2020 gesunken ist. Das ist ja eigentlich erstmal eine positive Entwicklung, oder? Naja, es ist ja immer die Frage, welche Frauen melden sich bei der Polizei. Denn wenn wir in unserer Praxis sehen, das sind nicht viele Frauen, von denen die kommen. Viele wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Und es sind relativ wenige, die auch sich zur Anzeige den Mut aufbringen können, weil sie dann auch natürlich vor Gericht wieder dem Täter begegnen müssen. Ich habe auch in einer Studie aus einem anderen Bundesland gelesen, da wurden 17.000 Frauen befragt und nur jede 215. hat eine Anzeige gemacht. Da kann man sich das so ein bisschen hochrechnen, zum Stichwort Dunkelfeld, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Also man muss mehrere Zahlen zusammennehmen. Die Anzahl an Anzeigen ist ein Indikator, aber auch die Frauen, die in Frauenhäusern aufgenommen werden, die bei Beratungsstellen beraten werden. Und das ist sehr komplex, um da Aussagen zu machen. Und bei Frauen, die sich an Frauenhäuser wenden, da sind wir schon beim Thema. Wie arbeiten Sie denn mit den Frauen, die zu Ihnen kommen? Wie sieht die Arbeit konkret aus? Also erstmal sprechen wir schon ausführlich bei der Anfrage, um abzusichern, dass die Frau wirklich in Duisburg in Sicherheit ist. Also Frauen, die aus Duisburg anfragen, können wir aus Sicherheitsgründen oft gar nicht aufnehmen, weil die sich dann im Umfeld des Frauenhauses zum Einkaufen gar nicht bewegen können. Wir haben häufig Frauen aus anderen Städten. Und wenn die Frauen dann zu uns kommen können, bekommen sie ein eigenes kleines Apartment für sich und die Kinder und können dann eben erstmal zur Ruhe kommen und ja so reflektieren, was will ich eigentlich für die Zukunft? Wir unterstützen dabei einmal die Frauen, dass die ihren Lebensunterhalt sicherstellen können. Die haben die Möglichkeit, über die Gewalt zu sprechen. Und wir unterstützen auch nachher dabei, wie geht es weiter, vielleicht in eine eigene Wohnung oder eine unterstützte Wohnform. Das ist immer ganz unterschiedlich und von Fall zu Fall individuell. Wenn man sich jetzt an das Frauenhaus wenden möchte, wie kann man denn Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Unsere Telefonnummer, die haben wir überall veröffentlicht im Internet. Die gibt es in der Tageszeitung unter der Hilfe-Rubrik. Und die ist also weit verbreitet. Unsere Adresse in dem Sinne natürlich nicht. Aber die Telefonnummer, die ist überall aufzufinden. Um so ein Angebot bieten zu können, wie Sie es tun, da braucht man Geld, finanzielle Mittel. Wie finanzieren Sie Ihr Hilfsangebot? Wir erhalten einmal eine Landesförderung. Und daneben erhalten wir auch noch eine Förderung der Stadt Duisburg. Und diese Förderung, die ist schon deutlich höher als in den Vorjahren, wenn man beides zusammennimmt. Aber wir sind nach wie vor zu einem Großteil von Spenden abhängig. Und da bin ich immer sehr froh, dass auch in den Krisenzeiten jetzt die Spenderinnen und Spender uns weiter unterstützt haben. Und es jetzt nicht zu einem großen Einbruch der Spenden kam. Ja, es gab zuletzt auch eine Spende von dem Verein Die Zebraherde. Vielleicht können Sie uns darüber noch kurz erzählen. Ja, der Verein Zebraherde kam auf uns zu und hat angeboten, im Rahmen des Kneipenquizes Spenden für uns zu sammeln, für das Frauenhaus. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ja, da sind auch 1200 Euro zusammengekommen, was für uns sehr hilfreich ist, um mit den Frauen und Kindern noch Aktionen zu machen. Für viele Sachen haben wir nur die Spenden zur Verfügung für Ausflüge, Gruppenangebote. Und da freut es uns natürlich sehr, wenn auch Duisburger Vereine uns hier unterstützen. Jetzt ist natürlich Finanzierung von Seiten des Landes auch ein großes Thema. Die SPD-Opposition im Landtag hat jetzt auch bekannt gegeben, im Landeshaushalt für das kommende Jahr soll es Kürzungen geben. Wie haben Sie das aufgefasst, wie diese Entwicklung? Ja, da schrillen bei mir natürlich so ein bisschen die Alarmglocken. Es ist natürlich immer so, durch diese Förderfinanzierung haben wir im Grunde nie eine Planungssicherheit. Wir haben Personal beschäftigt, unbefristet natürlich auch. Und ich muss im Grunde immer darauf hoffen, dass die Ministerien uns die Gelder wieder bewilligen. Auch die Höhe ist dann immer wieder unklar erst mal. Bei jeder Legislaturperiode müssen wir wieder gucken, was können wir beantragen. Und für uns wäre natürlich besser, eine Finanzierung zu haben, die verlässlich ist, die kostendeckender ist, wo wir nicht so viel Spendenakquise machen müssten. Denn diese Arbeit, ja, können wir dann, die Zeit können wir nicht für die Frauen investieren. Ja, wie sich die Finanzierungslage in Zukunft gestalten wird, das bleibt jetzt erst mal abzuwarten. Frau Bartel, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon vielmals, dass Sie heute hier waren und für dieses wirklich interessante Gespräch. Vielen Dank.